Ich glaube zum Beispiel, viele beschweren sich über das Thema Privatsphäre und dass die Gesetze immer weniger Privatsphäre erlauben. Und das ist für mich ultra kritisch, wirklich super gefährlich. Aber jetzt muss man sich fragen, wie verhindern wir das, dass wir immer weiter de-anonymisiert und immer gläsernah werden? Nicht durch Aufstand, nicht durch Diskussion, weil die führen wir seit Jahren, Jahrzehnten. Es wird immer schlimmer. Also ist das nicht der Weg, auf den wir das schaffen? Das ist ein Kampf gegen Windmühlen, der sehr frustrierend ist, weil du arbeitest viel und erreichst damit nichts. Schaut euch die ganzen Klimaaktivisten an, die immer weiter verzweifeln, Gemälde mit Tomatensauce beschmieren, sich an der Straße festkleben und keine Ahnung was machen. Ich habe halt erkannt, dass der größte Protest nicht dadurch entsteht, gegen etwas zu protestieren, sondern die Dinge dahingehend zu ändern, dass dieser Protest gar nicht mehr notwendig ist. Wenn du verstehst, wie Ökonomie funktioniert, dann ist es völlig egal, ob die mächtige Interessensgruppe dahinter steckt oder eine Verschwörung, vielleicht auch einfach nur Dummheit. Dann weißt du einfach, egal was dahinter steckt, mit einem gesunden Geld machst du all diesen Dingen das Leben schwer. Weder die Dummheit noch die verschworenen Interessensgruppen haben eine Chance, gegen die Marktmechanismen anzukommen. Mit einem freien Geld wird sich jede Verschwörung irgendwann rächen. Der Markt wird dazu führen. Das heißt, ich muss gar nicht der sein, der die Menschen aufwiegelt, holt eure Fackeln und eure Missgabeln und protestiert gegen weniger Privatsphäre, macht Corona-Proteste gegen Corona-Richtlinien oder sonst was. Versteht ihr? Ich habe so viele Bitcoiner gesehen, die das gemacht haben, wo ich mir gedacht habe, Leute, verliert euren Fokus. Der Fokus ist Bitcoin. Repariere das Geld und du reparierst die Welt. Was bringt dir der Aufschrei gegen Corona, gegen Eliten, gegen, und mit Eliten meine ich nicht eine Gruppe, sondern halt die, die gerade oben sitzen und die Könige des Cantillon-Effekts, des Fiat-Geldes sind. Was bringt der Aufschrei gegen diese Leute? Gar nichts. Das wird dazu führen, dass jemand, der sagt, hey, ich finde die Corona-Maßnahmen gut, sich genau aus diesem Grunde nicht mit Bitcoin befasst. Das heißt, eigentlich hat dieser Aufruf zum Protest sogar dazu geführt, dass du die Bitcoin-Adoption verlangsamt hast und die eigentliche Lösung dieses Problems beiseite geschoben hast, weil du deinen Fokus verloren hast, weil du dich hingestellt hast und der Marktschreier wurdest. Der Marktschreier gegen eine Gruppe. Und das hat dazu geführt, dass du eine ganz große Gruppe von Menschen vom Bitcoin weggedrängt hast. Der Fokus ist Bitcoin. Bitcoin ist der Fokus in allen Dingen. Und ich verstehe das, dass manche Maßnahmen, die kommen und manche Gesetze, die kommen, Frustration, Angst auslösen und du am liebsten genau das tun möchtest. Mobilisieren wir alle gegen das, was da gerade passiert, der böse Staatsprozess. Das verstehe ich. Aber das wird alles nichts bringen. Leute haben sich in den 70ern schon hingestellt und versucht, diese Proteste zu führen. Was hat das gebracht? Wenn wir diese Probleme lösen wollen, brauchen wir ein Geld, was für alle die gleichen Grundbedingungen schafft. Anders wird es nicht gehen. Und dann ist das völlig egal, ob ich Pro- oder Kontra-Corona-Maßnahmen bin. Dann ist auch völlig egal, ob ich für oder gegen Privatsphäre bin. Das alles ist völlig zweitrangig, weil diese Dinge lösen sich von ganz alleine, sofern wir ein gesundes Geld haben. Das heißt, warum mit diesem ganzen Noise befassen, der drumherum ist und nicht einfach den Fokus geschärft auf ein Thema lassen. Bitcoin, gesundes Geld. Das ist der Punkt, das ist der Weg. Und den habe ich für mich erkannt. Und vielleicht sehe ich diese ganzen Interessensgruppen genauso kritisch. Aber es ist nicht meine Aufgabe, diese Meinung und dieses kritische Denken vorzugeben. Das ist vielleicht ein Punkt, wo man selber irgendwann landet, wenn man sich mit diesen Themen Ökonomie und so weiter befasst. Weil eigentlich, dass ich mich nicht derart kritisch über diese Dinge äußere, drücke ich auch die Leute, die vielleicht bei diesen Unternehmen arbeiten und das gar nicht so sehen, nicht vom Bitcoin weg. Sondern lasse das Thema für alle offen. Jeder hat die Möglichkeit, sich erstmal mit Bitcoin zu befassen und kann danach selber feststellen, oh Mann, was hier passiert, läuft nicht gerade gut und nicht gerade rund. Aber sobald du ein Thema aufmachst, wo du die Gesellschaft spaltest, ob du es willst oder nicht, und aber eigentlich dein Ziel ist, Bitcoin nach vorne zu bringen, spaltest du auch einen Teil der Gesellschaft von Bitcoin weg. Und das darf nicht passieren. Und das ist die Kunst. Das ist die Schwierigkeit. Und das ist auch die Kunst, wenn man Bitcoin-Bildung in dieser Größe machen will, wie wir es machen. Was nicht einfach ist, weil Bitcoin komplett konträr ist zu dem, wie wir heute unsere Gesellschaft aufgebaut haben, auf Basis eines Fiat-Standards. Und Bitcoin evolutionär ist und progressiv und gleichzeitig so einfach, so konservativ und du es schaffen musst, halt diese ganzen Dinge unter einen Hut zu bringen. Und ich glaube, das ist der Grund, warum wir so groß sind, wie wir sind und warum das gut funktioniert. Und deswegen kritisiere ich eben, wenn jemand, der diesen Weg geht, und das kritisiere nur ich, das mache ich nicht öffentlich, aber jemand, der diesen Weg geht, eben abweicht und seinen Fokus auf Bitcoin verliert. Bleibt fokussiert. Bitcoin ist das Thema. Nichts anderes. Bitcoin ist das Thema.